Er muss mit unbedingt, unbedingt, Bunny Knuff. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Some Beyond Two Souls. Und ich würde sagen, wir sputen uns jetzt mal, machen, dass wir hier rauskommen aus der Hütte. Und sehen, wie es weitergeht. Wir müssen ein Feuer anzünden, oh ja. Wir dürfen auch keine Zeit verlieren, weil sonst nämlich Yu-Yi-Zu kommt und uns mit seiner kraftmagischen Kunst den Garaus macht hier. Oh ja, das Feuer anzünden mit Benzin. So wird's funktionieren. Na los, bitte lass dir nicht so viel Zeit. Meinst du, das kleine Häufchen hier reicht? Ah, zünd dich nicht selbst mit an, deine Klamotten, Jodie. Okay, 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 zurück. Was? Oh oh. Okay. Bis hierhin krieg ich's noch hin. Aber wenn's um die Symbole geht, hört's leider auf. Ich hoffe, Jodie weiß wirklich, was sie macht. Oh shit. Symbol. Wie sah das aus? Das war das Peace-Zeichen, glaub ich. Ich hoffe. Ich hoffe. Oh shit. Ich hoffe, sie macht das richtig. Äh. Gut. Okay. Sind wir denn so viel? Oh nein, es fehlt einer. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ihr habt noch eine Seele. Ihr habt doch eine fünfte Seele. Einhilft euch. Nein, nein, wie kommt sie jetzt mit dem Gesamt ran? Genau. Das Wortan ist jetzt offen, Jodie. Ich seh's. Du hast es. Ich seh's. Oh oh. Oh oh. Da kommt er. Und was jetzt? Ja. Schlagt ihn zurück. Du kannst nicht vorbei. Zurück zu den Schatten. Du. Kannst nicht. Vorbei. Was? Okay, jetzt muss ein wieder ran. Eine linke. Und eine rechte. Ja, gib ihm. Komm, nochmal. Klatsch. Yes. Bye, bye. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Huuuuh. Oh man. Hiyuizu. Geschlagen. Durch meine Kraftmagie. Hehehe. Ist alles gut bei euch? Nein, die Oma. Nein, die Oma. Die hat's aus ihrem Sitz geschleudert. Scheiße. War wohl ein Schleudersitz. Oh Gott. Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fuck. Nee, schon wieder. Warum müssen die mal alle abkratzen? Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Okay. Dann betrachte ich das mal als große Ehre. Dass du mich jetzt hier hinführst. Oh je. Totenstille. Naja, wir wollen mal einen Augenblick der gefallenen Gedenken. Immerhin ist das ja ein geheiligter Ort. Und natürlich haben wir ihre Decke dabei. Wahrscheinlich um sie ein letztes Mal darauf zu betten. Oh, wow. Guck mal, eine Hanfplantage mit komischen Stöcken drin. Nein, Quatsch. Das ist aber ein großes und beeindruckendes Totem. Halleluja. Was? Was? Zwei? Warum? Der Typ auch? Nein, nein. Warum? Nein. Das geht nicht. Kann ich nichts mehr tun? Wieso ist er tot? Nein. Nein. Warum? Nein. Oh nein. 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 Das sind die Knochen eurer Vorfrauen. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Mhm. Oh, Gott! Oh, Mann. Ich hätte Paul retten können. Was? Oh, nein. Es ist nicht deine Schuld. Doch, ich hätte... Mein Vater ist bei Shimasani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Verdammt, ich hätte ihn retten können. Sie hat recht. Sie hat recht. Ich hätte ihn retten können. Ich hatte die Gelegenheit dazu. Nein! Oh, nein. Warum? Ich bin so ein Vollidiot. Warum habe ich ihn nicht gerettet? Okay. Jetzt möchte sich der Ur-Arne da oben auch noch verabschieden. Oder wie sehe ich das? Ach, verdammt! Na, komm. Bisschen klettern, Jodie. Bist du doch gewohnt. Was ist das denn hier? Okay. Ziemlich krasse Malereien. Alles klar. Dann bin ich wohl kein Einzelschicksal. Ich hätte bohren. Dein Entschluss steht also fest. Du verlässt uns? Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Dinge aus meiner Vergangenheit. Und ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Du hast viel für uns getan, Jodie. Für uns und für unseren ganzen Stamm. Wenn du nicht findest, was du suchst, komm wieder her. Du hast hier immer ein Zuhause. Okay. Danke. Hey, Kopf hoch. Kommt doch nicht so betröppelt. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Mhm. Ich werde dich nie vergessen, Corey. Gott, Schatz, die spröde Lippen. Trockenheit hier ist echt schlimm. Ich ihn auch. Umarmen ihn mal für mich. Ja. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Ja. Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Ähm. Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Okay. Na los. Cool. Sie ist als kleinen Dank an. Wow. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Vielen Dank auch, Jungs. Oh. Okay. Okay. Tja, dann waren wohl nur noch zwei dort. Sie haben eine Trophäe verdient, nicht nur Sand? Bereit? Wofür das? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Zeitsprung. Konzentrier dich jetzt, Jodie. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Mhm. Bei welchem Objekt denn? Bei den Taschentüchern? Hast du da reingeschleudert? Äh. Fangen wir mal mit dem Foto an hier. Wer ist das? Spüre ich da irgendwas? Nee. Irgendwie nicht. Die Münze vielleicht? Oder was das sein soll? Hm. Irgendwie auch nicht. Na, dann bleibt wohl nur die Schatulle übrig. Oh, guck mal. Lass mal schauen, was uns das Ding zu sagen hat. Warte, das ist echt total schön. Mach's auf. Oh mein Gott. Jodie. Alles okay? Ja, ja. Mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Äh. Ja, ja. Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Wer ist Laura? Ja? Wer... ...ist... Laura? Okay, ich sag's dir. Seine Tochter? Nathan. Jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Was wäre passiert, wenn ich ihm das verschwiegen hätte? Naja. Hm. Ach, keine Ahnung. Ich schau mich mal um. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Was ich mir aneignen kann. Oder was ich mit... ...einen kaputt machen kann. Wasserflasche? Hep. Okay. Trink einen Schluck. Hep. 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 So. Geht doch. Durstig, Jodi. Komm. Mach leer, das Ding. Ist doch gar nichts mehr drin, oder? Na, hopp. Können wir jetzt... ...uns tot saufen, bis der Arzt kommt, oder was? Nee. Das war's. Ei, 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 ei. Okay. Gucken wir uns das mal an. Oder auch nicht. Irgendwelche langweiligen Installationsroutinen sind auch nichts für ein Mädchen. Stimmt schon. Epp. Braucht Cole vielleicht ein bisschen Gesellschaft? Nein. Der interessiert sich bloß für seine bunten Bilder. Hm, 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 hm. Okay. Was? Hausaufgaben? Lange? Nathan? Besucher? Ich hoffe, es wird nicht so spät. Ich hab tonnenweise Hausaufgaben auf. Nathan beschwert sich über jede schlechte Note, aber er behält mich immer hier, wenn ich eigentlich lernen sollte. Diese Diskussion führst du bitte mit ihm, Prinzessin. Okay. Dauert das noch lange? Ganz ruhig, Prinzessin. Er kommt gleich wieder. Ach, ja? Ich seh ihn hier draußen rumstehen? Äh. Ich find, Nathan macht... Ich weiß nicht, also... Er ist in letzter Zeit seltsam drauf. Er versucht gerade Geld für das Labor zu bekommen. Vielleicht macht er sich Sorgen. Du weißt, wie er isst. Hm, hm. Dann soll er vielleicht mal ein bisschen Geld für was zu essen rüberwachsen lassen. Ich bin sauhungrig. Ich hab so'n Hunger. Wann ist denn Pause? Ja, ich hab auch Hunger. Wir müssen mit Nathan mal irgendwo anders hin. Irgendwas Feines. Wann ist denn Pause? Jodie? Kannst du mal herkommen, bitte? Was? Warum? Ich war mit Fragen noch nicht fertig? Hallo? Was ist das für ein Besucher? Naja, gut. Das werde ich vermutlich jetzt erfahren. Okay. Okay. Was? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jodie? Das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency... Okay. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Was? Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jodie. Ach, schon wieder ein neues Zuhause. Was ist mit gehen, Kleines? Heute? Na klar. Nathan. Nein, das kannst du doch nicht zulassen. Du musst mit ihnen reden. Auf dich werden sie hören. Meine Meinung interessiert dich überhaupt nicht. Deine Eltern haben ihre Einwilligung gegeben. Was? Ich kann gar nichts tun. Und mich fragt keiner? Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen, zu gehen. Nimm doch mal die Finger von mir weg. Du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Es ist mir egal, was du willst. Ich werde nirgendwo hingehen. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn. Was? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen. Aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Tss. So redest du nicht mit mir, Kollege. Jody, stopp. Und zwar sofort. So nicht. Lass mich einfach. Ich hole schnell mein Zeug. Oh nein. Ja, ja. Laberababer. Na klasse, ey. Ach, fuck. Jetzt weint sie schon wieder. Shit, 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 shit. Nur das Nötigste. Ja, ja. Das Allernötigste. Okay. Dann lass uns kurz mal durchgehen. Ich habe doch so viel, wo an mir hier alles liegt. Oh Mann. Ich habe nur die kleine Tasche da vorne, oder? Scheiße. Auf jeden Fall muss Bunny Knuff mit. Ich gehe nirgendwo hin ohne Bunny Knuff. Ich gehe nirgendwo hin ohne meinen Bunny Knuff. Aufheben. Da, ich will ihn aufheben. Ich will meinen Bunny Knuff. Aufheben. Hallo? Hallo? Nimm ihn. Ah. 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 Okay, ich muss erst die Tasche nehmen, wie es aussieht. Oh. Er muss mit unbedingt. Unbedingt. Bunny Knuff. Was hatten wir noch? Hier hatten wir noch irgendwas. Das Bild. Will ich wirklich ein Bild von Nathan und Cole mitnehmen? Leute, 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 Leute. Okay. Ich meine, ich habe hier auch nicht so gerne gewohnt, aber... Wo habe ich das schon mal gerne? Bei den Navajos war ich noch nicht. Das liegt in der Zukunft von hier aus gesehen. Und zu Hause war es auch nicht immer schön. Freunde hatten wir eh nie. Wir sind hier quasi groß geworden. So. Ich weiß zwar nicht... Ich habe gerade nicht gesehen, was sie genommen hat, aber ich schätze mal, es waren irgendwie ein paar Butt-Artikel oder so. Oh Gott. Krieg dich doch mal wieder ein, Jodie. Oh Mann, ey. Das kann sich ja kein Mensch ansehen. Und auch nicht anhören. Shh, 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 shh. Was haben wir hier im Schrank? Ein paar Klamotten. Was nicht alles in diese Tasche passt. Oh Mann. Du machst es mir echt nicht einfach. Das macht es mir echt nicht einfach. Das Bild. Das ist doch das erste Bild, was wir gemalt haben. Das will ich nicht hier hängen lassen. Gibt es hier noch was? Oh Mann. Ich würde am liebsten... Ganz genau. Die haben mich hier zurückgelassen. Die waren es doch erst und ich konnte es nicht ertragen. Ich kann diesen Anblick nicht ertragen. Von diesem Schmierwurstlappen, der mich hier zurücklassen wollte. Und jetzt werde ich schon wieder zurückgelassen. Irgendwo bei der CIA. Ich hasse meine Familie. Die haben mir doch... ...diese Sache eingebrockt hier. Die haben ihre Einwilligung gegeben. Gegen meinen Willen. Scheiß auf meine Eltern. Vielleicht sind das nicht mal meine richtigen Eltern. Oh Gott. Es nützt ja nichts. Na los, Jodi. Lass uns gehen. Also. Glaubst du, ja? Und du mir irgendwie... Ja, ja, du Scheinheiliger. Ich weiß nicht mal, ob ich dir trauen kann. Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Bitte. Noch diese Minute. Danke. Oh Gott. Und mit diesem Moment... ...entlasse ich euch... ...ins Abendessen. In den nächsten Part. Ich melde mich aus dem Kreis... ...und sage Tschüss, meine Freunde. Und auf Wiedersehen. Achtung. 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 Achtung.